In diesem Video möchte ich zeigen, wie man die Anschlusskonfiguration von Gabellichtschranken experimentell bestimmen kann. Der hier gezeigte Typ besitzt vier Anschlüsse. Auf einer Seite befindet sich die LED, die typischerweise Infrarotlicht aussendet und auf der gegenüberliegenden Seite ein lichtempfindlicher Transistor. Zunächst gilt es, die LED-Seite ausfindig zu machen und dabei gleichzeitig die Polung festzustellen. Benötigt wird eine 5V Gleichspannungsquelle, ein Multimeter in der Einstellung für Spannungsmessung und ein Widerstand im Bereich von etwa 10 Kiloohm. Die Gabellichtschranke wird über den Widerstand an die Gleichspannungsquelle angeschlossen und der Spannungsabfall an den Anschlusspins der Lichtschranke gemessen. Es gibt vier mögliche Varianten, wobei in drei Fällen der gemessene Spannungsabfall nahe den 5V ist... ...und einen Fall, in dem die Spannung deutlich geringer ist, in diesem Fall sind es 0.99V. Somit haben wir die LED-Seite und die korrekte Polung gefunden. Nun gilt es, die Polung der Sensorseite herauszufinden. Dazu wird ein zweiter Widerstand im Bereich von 10 Kiloohm benötigt. Die Sensorseite wird über den zweiten Widerstand an die 5V angeschlossen. Dabei existieren zwei Möglichkeiten für die Polung, beginnen wir mit Variante 1. Mit dem Multimeter wird der Spannungsabfall an dem Sensor gemessen. Wird nun die LED-Seite über den ersten Widerstand mit korrekter Polung ebenfalls angeschlossen, so sollte die Spannung an der Sensorseite deutlich fallen. Ist das wie hier nicht der Fall, so wird die Polung auf der Sensorseite vertauscht und der Versuch erneut durchgeführt. Nun messen wir nur noch 4.76V. Die Anschlüsse der Gabellichtschranke sind nun bekannt, offen ist allerdings die Frage, welchen Strom die LED verträgt. Die Spannung am Sensor sollte bei eingeschalteter LED auf deutlich unter 0.5V fallen. Der Reihenwiderstand auf der LED-Seite wird daher schrittweise verringert... ...bis schließlich bei einem 1Kiloohm Widerstand eine minimale Spannung von 0.15V zu messen ist. Mit einem 12Kiloohm Widerstand auf der Sensorseite und 1Kiloohm auf der LED-Seite kann die Gabellichtschranke an 5V Gleichspannung betrieben werden. Wird das Licht mit einem Stück Dosenblech unterbrochen, so steigt die Spannung am Sensor auf etwa 4.8V... ...wird das Dosenblech entfernt, fällt die Spannung auf 0.15V. In einem alten Drucker habe ich mehrere Gabellichtschranken mit nur drei Anschlüssen gefunden. Die Anschlüsse können mit der gleichen Methode zugeordnet werden. Zunächst müssen wieder mit einem etwa 10Kiloohm Widerstand und 5V Gleichspannung alle Kombinationen mit wechselnder Polung durchprobiert und dabei die Spannungen an den Anschlüssen gemessen werden. Auch hier ist nur dann eine Spannung von deutlich weniger als 5V zu messen, wenn die LED in Vorwärtsrichtung geschaltet ist. Damit sind Masse- und LED-Seite identifiziert. Wie bei diesem Typ gut zu sehen, ist der Masseanschluss der LED-Seite mit der Transistorseite verbunden. Ist die Verbindung nicht zu erkennen, kann mit einem Multimeter in der Einstellung für Durchgangsprüfung festgestellt werden, welche Pins auf LED- und Sensorseite verbunden sind. Der verbleibende Anschluss führt zu dem Sensorpin. Die Polung der Sensorseite steht ebenfalls fest, wie gesehen liegt an den beiden verbundenen Pins Masse an. Der Sensorpin wird wieder über einen zweiten 12Kiloohm Widerstand an plus 5V angeschlossen... ...und der Widerstand auf der LED-Seite verringert... ...bis am Sensor eine Spannung von deutlich unter 0.5V anliegt. Damit ist auch die Anschlussbelegung dieses Sensortyps bekannt. Aus zwei Gabellichtstranken kann, wie in einem vorangegangenen Video gezeigt, ein Rotationssensor aufgebaut werden. Da Rotationssensoren üblicherweise in Druckern und Scannern benötigt werden, sind in diesen Geräten oftmals doppelte Gabellichtschranken in einem Gehäuse verbaut. Sensor und LED-Seite sind leicht zu unterscheiden, da nur eine LED für beide Sensoren verwendet wird und sich daher auf dieser Seite nur zwei Pins befinden. Ist dieser Sensor wie hier auf einer kleinen Platine mit Stecker verlötet, so kann die Anschlussbelegung durch Verfolgen der Leiterbahnen erschlossen werden. Die Pins der beiden Sensorausgänge verlaufen direkt zum Stecker, hier sind keine weiteren Bauteile verbunden und es existieren keine Abzweigungen. Masse von LED- und Sensorseite sind meist direkt miteinander verbunden. Es verbleibt der Anschluss für Plus. Dieser verläuft direkt zur Sensorseite und über einen Vorwiderstand zur LED. Üblicherweise werden die Sensoren mit 5V betrieben, wer vorsichtig ist, schließt aber erstmal nur 3,3V an. Funktioniert prächtig! Fällt die Spannung an den Sensorausgängen bei offenem Sensor nicht auf fast 0V bzw. steigt die Spannung bei blockiertem Sensor nicht auf fast 3,3V, so sollten 5V angeschlossen werden. Wer mutig ist und auf 5V angewiesen ist, kann selbst bei erfolgreichem Test mit 3,3V auch auf 5V testen. Ist die Spannung allerdings zu hoch, gibt's kein Zurück mehr, das Bauteil wird umgehend zerstört. Hier ist's gut gegangen. Bei diesem Sensortyp sieht man die LED rot leuchten. Sind die Leiterbahnen nicht so eindeutig zuzuordnen, kann der Widerstand zwischen den Pins der LED-Seite und dem Stecker bestimmt werden. Der kommen Anschluss des Multimeters wird während der Messungen mit den Pins der LED verbunden, der Messeingang für Ohm führt zur roten Prüfspitze. Die jeweils niedrigsten Werte sind die Kabel zu Plus und Minus am Stecker. Dabei ist Minus üblicherweise direkt, also mit Nullwiderstand mit einem Kabel des Steckers verbunden. Der minimale Widerstand des zweiten Pfades beträgt etwa 75 Ohm und dürfte über einen Reihenwiderstand zu Plus führen. Die beiden verbliebenen Kabel führen zu den Sensorausgängen. Wie so oft führt ein falsches Verkabeln umgehend zur Zerstörung des Bauteils. Wie üblich wird mit der niedrigsten Spannung, also 3.3V, der erste Versuch gestartet. Hier geht's wieder gut, da es sich um dasselbe Bauteil handelt, das bereits zuvor getestet wurde. Ein weiterer Sensor aus einem Drucker ist direkt an einen Motor angeflanscht. Das gelb-weiße Adernpaar, das miteinander verdrillt ist, führt vermutlich direkt zu den Motoranschlüssen. Stimmt ganz offensichtlich! Die vier restlichen Kabel werden wie gehabt mit dem Multimeter getestet, wobei erneut die beiden Pins auf der LED-Seite als Referenzpunkte verwendet werden. Die minimalen Widerstandswerte ergeben sich für das violette Kabel mit fast 0 Ohm... ...und für das rote Kabel mit etwa 100 Ohm, bei dem es sich damit höchstwahrscheinlich um den Anschluss für Plus handelt. Bereits mit 3.3V arbeitet der Sensor wie erhofft. Schon geringe Drehungen der Motorachse führen zu deutlichen Spannungsänderungen an dem Sensorausgang. Erneut riskiere ich auch 5V zu testen und wie zu sehen funktioniert der Sensor auch mit dieser Spannung einwandfrei. Somit können wir Gabellichtschranken verwenden um Drehungen zu messen, Ziel erreicht! Mehr zur Funktionsweise von Gabellichtschranken sowie Anwendungsbeispiele gibt's in meinem Video zu Rotationssensoren und zu einigen meiner CNC-Maschinen, werft mal einen Blick auf meine Projektseiten. Danke fürs Angugge und bis bald! Danke fürs Angugge und bis bald! ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020